Was wir benötigen, ist, dass wir hier eigentlich sehr, sehr schnell beginnen zu messen, was funktioniert. Und das Messen auch die einzige Grundlage ist, die mir die Möglichkeit gibt, überhaupt zu beurteilen, ob ich wieder schließen muss. Wenn ich nicht messe, habe ich keinen vernünftigen An-Bias-Performance-Indikator für meine Leistung, meine politische Leistung in dieser Krise. Und dann ist auch das Schließen wiederum ein reiner Akt, ich sage es jetzt einmal, der, ich würde nicht sagen, der Akt ist mit der Wilke, oder wird so wahrgenommen zumindest, sondern es ist de facto eine sehr, sehr biased decision unter unvollständiger Datenlage und wird auch nicht mehr so mitgetragen werden. Das sehen wir aus der Praxis. Wir arbeiten mit sehr, sehr vielen CEOs, oder? Gute Regierungen, gute CEOs wollen sich messen lassen. Wir sehen, dass nicht gute Regierungen, nicht gute quasi CEOs sich nicht messen lassen wollen, weil ich durch diese An-Bias-Performance-Indicators auch Accountability habe, die quasi jenseits meines politischen oder quasi businessmäßigen Narrativs ist. Und ich glaube, hier geht es darum, dass wir als Gesellschaft wirklich kooperativ wirken. Wir müssen alle mitmachen. Wir müssen alle hinter den Maßnahmen stehen. Und wir müssen hier dementsprechend auch eine Grundlage dafür schaffen, dass diese Maßnahmen auch von meiner Mutter, die 88 hieß, evaluiert werden kann und sagen, ja, wir gehen zurück, oder? Und dass es hier nicht quasi immer sowas wie ein Deutungs-Narrativ geben muss. Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Also messen, messen, messen ist, glaube ich, entscheidend. Je mehr wir wissen, desto besser, desto feingesteuert kann man auch Maßnahmen setzen. Und das wird notwendig sein in der Zukunft, solange wir keine Impfung oder keine gute Behandlung der Krankheit haben. Wir haben einen Vorteil, deswegen wäre ich nicht ganz so pessimistisch wie der Gerhard. Wir haben einen Vorteil, diese Krise zerstört keinen Kapitalstock, keine Infrastruktur. Sie zerstört möglicherweise keine physische Infrastruktur, sie zerstört psychische Infrastruktur. Und da, glaube ich, muss man soziale, da muss man ansetzen. Das ist der entscheidende Punkt. Darüber werden wir vielleicht auch noch in den nächsten Folgen ausführlicher sprechen, wenn es um Vertrauen und Kooperationen geht. Aber das gibt auch die Voraussetzung, wenn wir es schaffen, diese soziale und psychische Infrastruktur zu halten, werden wir verrascht, wenn es mehr Daten gibt, wenn wir mehr Sicherheit bei der Feinsteuerung von Instrumenten haben, auch wieder wirtschaftlich völlig normal weiterzumachen. Also man kann ein schnelles Comeback aus dieser Krise bekommen, wenn alles gut funktioniert. Das ist natürlich die optimistischere Deutung, aber das ist nicht völlig ausgeschlossen. Ich glaube, darauf müssen wir, das ist zumindest einer meiner Appelle, immer wieder darauf hinarbeiten.